Hey Leute, ich bin gerade in Köln und ihr seht im Hintergrund vielleicht zwei Leute und ja, ich bin hier auf dieser Dom-Platte und es ist richtig warm und ich mache jetzt ein Follow-Me-Round und ja genau, alle machen gerade Instagram-Fotos und ja, das wär's eigentlich. Wir sitzen jetzt hier vor dem Dom vom Hauptbahnhof und alle, also Peach Galore und Ninas Beauty-Place-One. Sag das nicht immer so, Hensi, tut mir doch leid. Und da sagt der ein Maxi, sag einfach Hallo. Hallo. Und ja, und da hinten sind auch noch ganz viele Leute irgendwie mit Kameras und das ist eigentlich ganz lustig hier. Ach, das geht nicht. Aber hier sind ziemlich komische Leute unterwegs, das hat sie auch schon festgestellt. Und ja, aber eigentlich ist es ganz lustig hier. Und ja, also da unten ist Mr. Trashpack und die Spray-Sports. Du hast genau hochgeguckt. Und ähm, gerade waren hier die Leute, also die zwei Typen von Scene-Technik. Also da unten ist Mr. Trashpack, ich der da in der Mitte. Sie, aber wir haben dich unterstützt. Seelisch und moralisch und auch technisch. Und äh... Also in Gaim hoffe ich ja, dass ich in den Studio gekommen bin. Und ja, die haben uns dabei gefilmt. Ich hab jetzt aber nichts mehr, ja. Mein Zoom fährt gerade ein, wieder zurück nach Hause von Köln aus. Und äh, ja. Es war richtig cool gerade und ich muss jetzt kurz einsteigen im Moment. So, ich hoffe man versteht mich. Ich bin jetzt gerade im Zug und es ist richtig laut. Ähm, ja. Köln war richtig cool, also die ganzen Leute zu treffen. Also Al-Maxi und Peach Vador und auch Nina. Also es ist ja so, weiß ich, war richtig witzig auch so mit denen einfach so viel Stadt zu gehen und die mal so in real life zu treffen würden. Und ja, ich fahr jetzt nach Hause. Ähm, ich hab noch eine anderthalbstündige Zugfahrt vor mir. Und ich darf nicht einsparen, weil sie verpasste ich mal in der Haltestelle. Und sonst, ähm, ich glaub wir sehen uns nochmal, wenn ich irgendwie am Hauperlof bin oder nochmal im Zug, wie das hier zu sein wird. Und, und ich werde die ganze Zeit in diese Wand geschlagen. O-N-Z-K-H-N-M-E-N-S-H-N-M-E-T. Und ich werde die ganze Zeit auch in der Bühne an-Left. Und ich werde die ganze Zeit auch in einem Loch. Und ich werde das andere als Mal weg, wenn ich dann so playing. Und ich werde den Kopf in der anderen Seite Ich bin jetzt zu Hause angekommen und ja, ich geh jetzt, na grad holt mich jetzt mit dem Auto ab, ich hoffe man hört mich, weil ich bin etwas heiser und ich muss mich jetzt vereinen, weil ich glaube, der, denke ich, wäre jetzt irgendwie verloren gegangen, weil, in Bezug hat die Verspätung. So, ich bin jetzt wieder aus, äh, wieder bei mir zu Hause und ich bin gestern in Köln, glaube ich, um 12 Uhr oder so angekommen, wieder bei mir und, äh, ich bin irgendwie krank geworden, was ziemlich blöd ist, ich jetzt gerade zu einer Freundin und die kennt ihr noch bestimmt aus meinen ganzen letzten Follow-me-Rounds und ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Trip gefallen nach Köln und, äh, deswegen darf ich mich, ich nehme euch jetzt einfach nochmal ein bisschen mit und, ähm, ja. Also, seid gespannt. Wir werden jetzt etwas kochen und dafür müssen wir erst noch zum Rewe gehen, deswegen gehen wir jetzt einkaufen, Diana kommt gerade und, äh, ja, es ist ein ziemlich schlechtes Wetter und deswegen gehen wir jetzt rein. Geht's so, hallo, sag. Ich will jetzt gar nicht schmurbinden. Nein. Schade! I just want it all. Früher, ne, bei uns in der Schule waren die so vollen Tränen, so wenn's regnet, mit Gummistiefeln in die Schule. Mit, äh, was? Das war richtig geil. Hallo. Ja, also, das war jetzt ein sehr gekünsteltes Hallo. Wir, 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 wir laufen jetzt zu Rewe und, ähm, dann kochen wir gleich und dann nehmen wir euch dann auch mit. So, wir haben jetzt fleißig eingekauft und zwar machen wir ja so Raps und dafür, Raps und dafür brauchen wir jetzt hier schon alles und, ähm, jetzt sind wir. Ja, die Jana fotografiert gerade Blum wahrscheinlich für Instagram und, ähm, hier fahren ganz viele Autos vorbei und das ist richtig witzig, weil ich vlogge. Ja. Ja, und, ähm, wir gehen jetzt mal nach Hause und dann kochen wir schön. So, wir haben jetzt gerade gegessen und so, wir, wir essen jetzt nochmal was, so, wir haben Hunger. Äh, wir haben gerade, äh, die Raps gegessen und das ist übrig geblieben. Also, es war richtig lecker. Wenn ihr wollt, kann ich mal dazu ein Kochvideo drehen, wie man die so ganz genau macht. Und, ähm, jetzt essen wir noch Kuchen, denn es gibt Lillifil-Kuchen. Moment, ich such mal dran. Warte, ich zeige. Moment. Und jetzt scharf stellen. Wow. Geil. Ja. Meine kleine Schöße. Die kleine Schöße, wie hat das gewonnen? Ja. Nicht, meine Mutter. Und, äh, wir hoffen, Alter, es schmeckt und draußen sieht es richtig cool aus, es ist richtig gutes Wetter. Und, ja, dann guten Appetit an uns von euch. Wir sitzen gerade hier und gucken ein paar Videos und trinken dabei extrem coole Fairway Drinks, so von Capri, so, ne? Ähm, die sind so mit ganz vielen Früchten. Und gleich fahre ich wieder nach Hause. Hm. Mir ist aufgefallen, der Switch relautet extrem langweilig. Nein, das ist so geil. Wir gucken gerade noch Videos auf YouTube von denen. Unsere Bahn kommt in zwei Minuten und ich glaube, das schaffen wir nicht, weil Jana ist gerade noch mal reingegangen, um, äh, ihre Sachen zu holen. Und ich glaube, da kommt sie und dann heißt das jetzt rennen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe das im Auge. Scheiße. Ich habe irgendeine Fege im Auge. Komm. Das ist abgeschlossen. Okay. Wir sind verdammt gearscht. Scheiße. Wir haben gerade die Bahn verpasst und die nächste kommt erst in einer halben Stunde. Und, äh, ich dachte, ich zu spät zur Nachhilfe kommen. Ich dachte, ich zu spät kommen. Du siehst total strebehaft aus. Nein. Ich habe jetzt Mathe-Nachhilfe. Okay. Und es laufen mir den Bahngleisen entlang, dass sie doch mal reint. Mein Schuh ist noch nicht mein Schuh. Also ich gehe jetzt gerade nach Hause und sie geht zum Mathe-Nachhilfe. Yo. Mathe-Nachhilfe läuft. Und wir haben gerade Freunde getroffen und die gehen jetzt ins Public, äh, zum Public Viewing gegen den Champions League und so. Screensaver an. Ach so, das ist an uns. Sau cool. Ja, wir haben ein paar Bilder gemacht. Ein paar hotte Bilder. Ein paar. Nein. Au revoir. Tschüss. So, ich beende jetzt hiermit das Follow-me-around. Es ist vorbei. Ich bin gleich zu Hause und gehe schwiegen, sage ich einfach mal. Bis zum nächsten Mal und, äh, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.